Die Künstlerin auf der Suche nach Inspiration. Was passt zum nächsten Entwurf? Sommerlich soll es werden. Und in den Norden passen. Ein Schiffsmotiv? Mit Anker und Segel? Ja, ich hab mein Motiv gefunden. Dieser Hafen ist so schön. Ich mach mich direkt an die Arbeit. Und dafür braucht sie viele grelle Farben, Pinsel und reichlich Wasser. Und das Wichtigste, ein Model. Das Model und ihre Meisterin. Schon oft haben sie zusammengearbeitet. Leonie Genet ist Bodypainterin. Und zwar nicht irgendeine, sondern die erfolgreichste in Deutschland. Mit ihren kunstvollen Skizzen auf nackter Haut hat die Hamburgerin beim World Bodypainting Festival gerade den siebten Platz belegt. Auch da waren die beiden zusammen. Früher hat Katrin als Leonie Genets Assistentin gearbeitet. Seit zwei Jahren ist sie ihr Lieblingsmodel. Heute präsentieren die beiden ein ganz neues Motiv. Irgendwas zum Thema Sommer in Norddeutschland. Und das Ganze in den verschiedensten Tönen. Aber natürlich mit extra Farben für die Haut. Nicht mit irgendwelchen Chemiebomben. Was es genau wird, möchte ich noch nicht so gern verraten. Aber es wird schön bunt. Den vorbeiziehenden Spaziergängern gefällt es schon jetzt ziemlich gut. Aber weder die vielen Blicke noch die etwas zu kühlen Temperaturen schüchtern Katrin ein. Also es gibt natürlich Stellen, wo man sich sehr freut, dass man den Painter kennt. Weil das einfach sehr intim ist. Und da ist das dann auch so ein bisschen, also da muss einfach das Vertrauen dann da sein. Es fühlt sich echt schön an. Und danach, wenn man dann runterguckt und sieht, man ist ganz bunt, fühlt man sich auch total angezogen. Knapp vier Stunden tupft, zeichnet und pinselt Leonie Genets auf Model Katrin herum. Die eine muss sich konzentrieren, die andere darf nicht umküppen. Sie steht bombenstill. Sie ist total anspruchslos, was Essen, Trinken, Pinkeln oder Rauchen angeht. Und von daher ist es ein herrliches Arbeiten mit ihr. Und dann, das Werk ist vollbracht. Sommer im Norden. Und von dem sollen natürlich alle was haben. Wir wollen ein bisschen den Sommer nach Hamburg bringen. Das ist ein Eis an Sie. Also mir ist Erdbeer lieber. Ja, sehr gerne. Super, danke. Schön sehen Sie aus. Danke. Ich freue mich auch. Super, sehr schick. Alles vertreten. Mechel, Kölnbrandbrücke. Es sieht sehr gut aus und ist auch noch frischend. Wofür ist das? Für den Sommer in Hamburg. Tja, von so einem charmanten Sommer träumt natürlich jeder. Tja, von so einem charmanten Sommer. Tja, von so einem charmanten Sommer. Vielen Dank.